Er hat sich seinen Ferrara geholt, das war das erste Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Unterteil dieser Pullover von Givenchy ist. Servo Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ihr wisst Bescheid nicht mehr allzu lange, kein Mensch weiß wann, aber ich bin dran. Meine neue Modemarke MAM ist auf jeden Fall in der Vorbereitung. Wir hoffen, dass es sich bis Ende September noch rausgeht. Seid gespannt und wartet die nächsten Videos ab, dann gibt es neue Informationen dazu. Aktuell gibt es noch nichts. Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Richtig Kombiniert. In der ersten Ausgabe, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann hier jetzt nochmal abchecken. Sind wir ja schon meinen Style durchgegangen, wie ich Dinge kombiniere und ihr habt euch sehr viele unterschiedliche Leute gewünscht in den Kommentaren. Hauptsächlich Deutschrapper, von denen ich mir mal ansehen soll, wie sie kombinieren. Heute bei Richtig Kombiniert haben wir einen, der natürlich auch aus Wien kommt, das ist Rav Camora. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie Rav Camora Dinge kombiniert, gehen auf sein Instagram, schauen uns hier einige Outfits an und werden das so ein bisschen gemeinsam analysieren. Wie viele von euch ja wissen, Rav Camora ist jetzt nicht unbedingt der Rapper, der hunderte von tausend Euro für Fashion oder für Schmuck oder für sonstiges ausgibt. Er hat ein paar teure Uhren, aber so fettes Bling Bling oder Marken wie Dior, Gucci, Prada sucht man in seinem Style vergeblich. Also seinen ganz eigenen Style, den er konsequent schon seit einigen Jahren durchzieht, das spricht auf jeden Fall wieder mal für seine Authentizität, auch im Fashion-Bereich. Aber wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, schauen wir direkt mal auf sein Instagram. Ich habe das hier jetzt schon offen. Ich glaube, das Erste, was wir machen werden, ist ein Stück auf die Seite rutschen, damit wir Platz haben. Zuerst mal in seine Story sehen. Hier wird einiges promotet von seinen Projekten und hier sehen wir natürlich wieder mal eins seiner klassischen Outfits. Was sich in diesem Video auf alle Fälle konstant durchziehen wird wie ein roter Faden, ist die Kappe, die er auf hat, dazu eine Brille, meistens sind es Sonnenbrillen, T-Shirts, meistens Sport-T-Shirts, auch gerne mal von Fußballmarken. Dann die Jogginghose, die immer am Start ist und ich glaube, ich habe ihn noch nie ohne Nike-Schuhe gesehen. Also auch wie wir hier sehen, Umhängetaschen natürlich auch wieder mal dabei. Von hier kann ich nicht erkennen, was das Fein ist. Aber diese Art und Weise, Dinge zu kombinieren, wird bei ihm strikt eingehalten und da fährt die Eisenbahn drüber. Also ich habe den noch nie in irgendeinem anderen Outfit gesehen. Das ist seine Art und Weise, sich zu begleiten. Da ist in der Story logischerweise im Pool haben wir kein Quater. Ja, wäre auch ein bisschen komisch. Und die Uhr prollt natürlich wieder raus. Genau, hier kommen wir gleich. Das ist natürlich wieder Tour-Merch, beziehungsweise der Merch von seinem neuen Album Zenith. Da sind auf jeden Fall richtig krasse Songs dabei, aber wir werden halt weniger auf die Songs, sondern mehr auf seine modischen Leistungen, sein modisches Auftreten eingehen. Er hat natürlich auch eine eigene Marke, die nennt sich Corbo. Dort bringt er, was ich weiß, Jogginghosen, vielleicht aber auch Oberteile, weiß ich jetzt nicht genau, aber Jogginghosen weiß ich, bringt er heraus. Also sehr, sehr viel am Start bei ihm. Also wir sehen hier gleich mal sein erstes Outfit, natürlich auch wieder klassisch eine weiße Kappe, die er meistens verkehrt herum trägt. Dazu ein Fußballshirt und natürlich wieder die weiße Jogginghose. Seine Uhr, diesmal ohne Brille. Also er gibt jetzt nicht wirklich viel Geld aus für die teuersten Marken, sondern mehr für Ferrari, Maserati und so weiter. Da geht die Kohle hinein. Er hat auch einiges, also der junge Mann war auch jung, der Jüngste ist jetzt nicht mehr, aber er war intelligent genug auch in Bitcoins zu investieren. Also Gerüchte zu folgen, ist er nebenbei noch Bitcoin-Millionär. Wir kommen gleich zum nächsten Outfit und das erste, was einem ins Auge sticht, ist diese, ich glaube es ist eine Gucci-Umhängetasche, jawohl. Ich weiß nicht, wie man sagt, Performance oder Tech-Tasche. Auf jeden Fall mehrere Taschen, also zwei in diesem Fall, mit einer silbernen Schnalle umgehängt. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Also er ist bekannt für seine Umhängetaschen. Die ist sehr, sehr schlicht in schwarz gehalten mit diesem Gucci-Logo, beziehungsweise diesem Monogramm. Gefällt mir persönlich ganz, ganz gut. Dazu trägt ein ganz normales schwarzes Basic-Shirt, wie immer eine schwarze Kappe umgedreht. Und so eine leichte, im Wayfarer-Look, ja, eine ganz leichte Shadow-Brille, also mit nur ganz wenig UV-Schutz. Wie immer, cleaner Outfit. Ich glaube, diese Kette, die er da oben hat, in diesem Fall Gold. Ich würde jetzt nicht unbedingt selber mit Gold kombinieren, aber die Kette ist so eins seiner Markenzeichen, die trägt er immer. Hier geht es dann weiter, ein ähnliches Outfit. Wir haben auch dasselbe Shirt, das wir auch hier gesehen haben. Wie wir hier jetzt schon sehen, trägt er von seiner Marke, also von Corbo, trägt er eine Jogginghose. Passt eigentlich auch. Erinnert mich immer wieder an Adidas, aber ganz ehrlich, bei den Jogginghosen hat so ziemlich jede Marke den Stil von Adidas übernommen. Also völlig egal, ob das Nike ist, ob das irgendwelche normalen Trackpants sind oder ob es Standardbeispiel Palm Angels ist, die einfach eins zu eins das Design übernommen und um den zehnfachen Preis verkauft haben. Also ja, hier ist ein Style, wie immer, ganz klar, diese Kette, die umgekehrte Cap, sehen wir auch hier wieder, die umgekehrte Cap. Dann so eine Trainingsjacke, die er da drüber hat von Givenchy, sehe ich hier im Blau, finde ich sehr, sehr cool. Dazu eine dazu passende blaue Jogginghose, dunkelblau ist das hier. Dann hat er da drunter noch so einen Strickpullover, glaube ich, ist das. Und dann natürlich wieder klassisch, seine Nike-Schuhe, die man immer wieder am Start hat. Hier steht er mit seiner Gang, auch hier wieder die weißen Nike-Schuhe, eine cremefarbene weiße Hose, die ich jetzt nicht unbedingt zu diesen knallig-weißen Schuhen angezogen habe, aber passend dazu auch cremefarbenes Oberteil und eine schwarze Nike-Down-Jacke. Wie immer, sehr stabiler Look und er ist da ziemlich konform im Style mit seiner Klick, auf die man auf diesem Foto zu sehen ist. Hier hat er sich seinen Ferrari geholt, das war das erste Bild. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Unterteil, diese Pullover von Givenchy ist, aber drüber auch eine Jacke, wo man jetzt nicht unbedingt erkennen kann, welche Marke das ist. Vermutlich wieder mal Nike, dann drüber New Era New York Yankees Cap, seine klassischen weißen Nike-Schuhe und natürlich auch seine Rolli. Da ist er mit David Alaba und hier sehen wir wieder mal das Fly Emirates Shirt. Dieses Fußball, die Covers hat an, hat seine Kette und eine verkehrte Basecap. Also bei dem ist jetzt der Style nicht unbedingt im Vordergrund, also zumindest nicht die Vielfältigkeit im Style. Er fährt seine Linie, er trägt das, was ihm gefällt und er spricht auch für seine Person. Also stabiler Typ beweist halt wieder mal, dass die Musik für sich spricht und er nicht unbedingt mit übertriebenen Pieces hier Eindruck schinden muss, sondern er macht die Musik, die spielt die Musik in diesem Fall. Also muss er jetzt nicht unbedingt übertrieben flexen, geht für mich vollkommen klar. Cooler Style, Rav Camora, ich glaube viel mehr kann man zu seinem Style auch nicht sagen. Was mich interessieren würde, Freunde, schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu seinem Style dazu. Würde mich auf alle Fälle interessieren und schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Style wir als nächstes beurteilen sollten. Da wir in unserem Kretzl Wien bleiben könnten, würde sich meiner Meinung nach Jan Huren anbieten. Der hat auf jeden Fall einen viel, viel, vielfältigeren Style als Rav Camora das jetzt hat. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram auch noch vorbei. Max Obe, wie heiß ich da. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's mit richtig kombiniert mit Rav Camora. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das aus von mir, euer Maximilian.